So, liebe Krabbler, wollen wir heute mal über Familie reden? Uh, uh, uh! In Familien kann es Mamas und Papas geben. Ja, und auch Omas und Opas. Und Onkel! Wer bist du? Also, das ist Onkel Lorcan. Hallo! Er ist aber mein Onkel Lorcan, um genau zu sein. Ich spiel weiter auf Onkel Lorcans Seite. Das ist doch mein Onkel Lorcan. Ich habe deinen Onkel Lorcan sehr gern. Ich hab Onkel Lorcan auch sehr gern. Und wenn du willst, kannst du auch mal mit ihm spielen. Ich teile meine Mamas mit Aiden und Lola. Und mein Spielzeug teile ich auch mit ihnen. Ja, und mein Spielzeug auch. Eklig, Pfui! Ja, Doppelpfui! Was ist passiert, Krabbler? Lola hat auf Tara rumgekaut und nun ist sie voll mit Joghurt und Iiih. Ja, und Aiden auf meinem Wunderwurm. Die Babys machen schon ab und zu eklige Sachen. Aber manchmal sind sie auch lustig. Ich hab sie lieb. Ich hab meine ganze Familie lieb. Ich hab meine Familie auch lieb.